Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind blind, taub, faul und dumm. Ich glaube, der heute einem Schauspieler würde das sagen, der würde sofort nach Hause. Sofort. Der würde abhauen. Anzeige. Ja, anzeigen. Und der ließ sich das sagen. Ja. Und hat dann mit ihm, und das ist auch das, warum ich auch dann Kordner immer entschuldigt habe, weil ich immer gesagt habe, er will ja nur das Beste aus ihm, das ist sein Mittel, das Beste aus ihm rauszulocken, nicht wahr? Und er hat ihn dann später den gleichen Schauspieler, den gleichen Schauspieler in vielen großen Rollen beschäftigt. Ja, ja, ja. Der kam gerade von der Schauspielstuhle mit mir zusammen. Dieter Kirschlechner hieß der. Und der lebt noch. Und den hat er so zusammengeschissen, wie man so sagt. Also, aber, aber, und der ist krank geworden. Der ist krank geworden. Er hat Gelbsucht oder was bekommen. Also, er hat darunter gelitten, aber kam dann zurück und spielte dann große Rollen bei Kordner. Also, ich mochte den Kordner. Kordner war für mich die ganz entscheidende Figur am Theater. Also, muss ich schon sagen, im beruflichen Sinne, im ethischen Sinne auch, nicht? Aber Sie leben gerne? Oh ja, oh ja. Ich bin, wieso man jetzt, ich esse gerne, trinke gerne, nicht zu viel, vernünftig, aber das ist ja auch das Einzige, was man sich so sagen kann. Die ganzen, meine ganzen Altersgenossen, die alle noch sehr dem, viel mehr dem Alkohol zusprachen, sind alle längst tot, nicht wahr? Ja, und, ja, es ist ein bisschen, kann man es auch so sehen, dass ich, ich habe eben nicht so viel getrunken und nicht so viel dies und jedes, ich habe nicht geraucht und so. Aber nicht aus, ich war nie ein Gesundheitsapostel, doch nie, nicht wahr, sondern es passte mir einfach nicht. Ich konnte nicht rauchen, weil ich konnte, ich konnte nicht mal eine Zigarette über einen Lungenzug machen, da haustete ich einfach nicht wahr. Und ich konnte mich auch nicht betrinken, weil das war vielleicht die Italiener in mir, habe ich immer gesagt. Die Italiener haben da so, gerade die Süditaliener, nicht im Norden, das sind ja Germanen. Also die Mittel- und Süditaliener sind ja sehr hirngesteuerte und sehr vernünftige Leute, die betrinken sich nicht, die sind keine Säufer. Soll ich die Weinflasche wieder mitnehmen? Nein, ich trinke gerne, nein, 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 ich trinke gerne, ich habe gestern Abend, haben wir noch Wein getrunken und ich trinke gerne, aber ein, zwei Gläser, nicht? Ja, 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 natürlich, das war ein Witz, das war ein Witz. Nein, aber, also ich esse und trinke gerne, ich lebe gerne und, ja, und Gott sei Dank ist das auch noch nicht eingeschränkt, dass ich sagen muss, du darfst das jetzt nicht essen und du darfst das, das gibt es nicht. Ich esse immer noch alles, was mir schmeckt, also.